Willkommen zu meinem Review-Video über den Philips Ambilight TV, Modell 65PUS 8508 Zwölftel. In diesem Video werde ich Ihnen eine umfassende Analyse der Produktmerkmale und Funktionalitäten geben, Vergleiche mit ähnlichen Produkten zielen, Testimonials von zufriedenen Nutzern präsentieren und abschließend meine Meinung über das Produkt zusammenfassen. Lassen Sie uns direkt mit den beeindruckenden Merkmalen dieses Fernsehers beginnen. Der Philips Ambilight TV bietet eine beeindruckende Bildqualität mit 4K UHD und einer Bildwiederholrate von 60 Hz. Mit der HDR10 Plus Technologie und der P5 Perfect Picture Engine werden Ihre Inhalte mit lebendigen Farben und gestochen scharfen Details zum Leben erweckt. Das Micro Dimming Pro sorgt für eine verbesserte Kontrastwiedergabe und die Dolby Vision Technologie bietet ein noch intensiveres Seherlebnis. Ein einzigartiges Merkmal des Philips Ambilight TVs ist das dreiseitige Ambilight. Dieses innovative Feature projiziert farbige Lichteffekte an die Wand hinter dem Fernseher, die sich an die Inhalte auf dem Bildschirm anpassen. Sie können aus verschiedenen Ambilight Modi wählen, wie zum Beispiel den Launch-Modus für eine entspannte Atmosphäre oder den Spielmodus für ein noch immersiveres Gaming-Erlebnis. Das Ambilight kann sogar mit Musik synchronisiert werden, um Ihre Lieblingssongs visuell zu begleiten. Der Philips Ambilight TV läuft auf dem Google TV-Betriebssystem und bietet Zugriff auf beliebte Apps wie Apple TV, YouTube, Netflix, Amazon Prime Video, The Zone und Rakuten TV. Mit dem integrierten Google Assistant können Sie den Fernseher per Sprachsteuerung bedienen und er ist auch mit Alexa kompatibel. Die Fernbedienung verfügt über ein integriertes Mikrofon für eine bequeme Sprachsteuerung. Für Gamer bietet der Philips Ambilight TV den Auto-Low-Latency-Mode, HDMI VRR und Dolby Vision Game für ein reibungsloses und immersives Spielerlebnis. Der Fernseher verfügt über eine Ausgangsleistung von 20 WRMS und bietet dank BTS, X und Dolby Atmos eine beeindruckende Klangqualität. Sie können den Klang mit dem Keysound verbessern und die Lautstärke mit dem Dolby Lautstärkeregler anpassen. Außerdem können Sie den Fernseher mit Philips Wireless Lautsprechern für ein noch intensiveres Klangerlebnis verbinden. Nun kommen wir zu den Testimonials von zufriedenen Nutzern. Verena Czepulowski sagt, der Fernseher kam nach zwei Tagen nach Bestellung an und wurde direkt an die Haustür geliefert, so wie ich es wünschte. Die Verpackung war unbeschädigt, das Auspacken war recht problemlos. Das Bild ist sehr gut, fehlerfrei und am Rand ohne Lichthöfe. Alles in allem kann ich den Fernseher empfehlen. Ein weiterer zufriedener Nutzer, Lappadia, berichtet, der Fernseher hat ein super geiles Bild und auch das Ambilight bringt Freude ins Wohnzimmer. Die Qualität ist sehr gut, nicht nur Plastikkram wie bei anderen. Dennoch hoffe ich, dass Philips da e.V.T. noch mit einem Update bald nacharbeitet. Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,4 von 5 Sternen und insgesamt 800 Sterne Bewertungen ist der Philips Ambilight TV definitiv ein beliebtes Produkt unter den Nutzern. Abschließend möchte ich sagen, dass der Philips Ambilight TV ein beeindruckendes Produkt ist, das Ihnen ein erstklassiges Seh- und Hörerlebnis bietet. Mit seiner herausragenden Bildqualität, dem innovativen Ambilight Feature und den vielfältigen Smart-TV-Funktionen ist er eine großartige Wahl für jeden, der ein hochwertiges Fernseherlebnis sucht. Klicken Sie auf den Link in der Videobeschreibung, um den Philips Ambilight TV auf Amazon zu kaufen und unterstützen Sie mich dabei, weitere hochwertige Inhalte zu produzieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.